Du suchst den Weg zur Stelle deines Lebens? Dann nutze deine Chance und steige jetzt bei uns ein. Die Albtalverkehrsgesellschaft gehört in der Region zu den größten Arbeitgebern und ist vorrangig für die Personenbeförderung und den Güterverkehr zuständig. Um unsere Infrastruktur am Laufen zu halten und einen attraktiven ÖPNV anbieten zu können, sind viele Bauprojekte und Modernisierungen nötig. Und genau dafür brauchen wir dich. Starte deine Karriere als Bauingenieur. Die Studiengebühren werden komplett übernommen und du erhältst eine monatliche Ausbildungsvergütung. Du hast nicht nur Lust auf Theorie, dann ist das duale Studium genau das Richtige für dich. Die Hälfte der Zeit arbeitest du bereits im Unternehmen. So kannst du dein Wissen gleich anwenden und sammelst Berufserfahrung. Sei dabei, wenn etwas Neues entsteht. Du erhältst eine breit angelegt und praxisnahe Ausbildung im Bauingenieurwesen. Erlebe die vielfältigen Aufgaben und profitiere von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Entdecke die Verbindung aus Theorie und Praxis und begleite eine Vielzahl von Baustellen und Projekten. Helfe uns dabei, die Abläufe zu optimieren und die Zukunft klimaneutral zu gestalten. Komme in den Genuss zahlreicher Zusatzleistungen. Beginne deinen Weg jetzt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017